RIPFOR Das war der Zürhof, oder? Ja, ja, das war der Zürhof. Ich war nicht dabei. Ja, ja, das war der Zürhof. Ja, ja, ja. Ich muss mich da abstützen, dass es mich da reißt. Wie du dich kennst, das muss aber nicht mehr, wenn du da spürst. Ich hoffe, dass es nicht raus wird. Ich hoffe, dass es nicht raus wird. Hinterreiter, oder was? Und kommt denn der? Ich glaube nicht. Ja, das ist der Fall. Das ist der Regler. Ja, und das ist von einem gewissen Kollege. Ja, das ist der Schürf. Das ist der Schürf. Da siehst du es bei der Bremser Reise am Vorweg. Das ist der Englische Sitz. Nein, der Wagner. Wir müssen ja der Dritte sein, oder? Nein. Wirklich? Das ist der Wagner. Nein, das ist nicht der Wagner. Das ist der Wagner. Das ist der Wagner. Das ist ein Skoda. Das ist ein Skoda, oder? Ja, ja. Das ist ein Skoda, oder? Ja, ja. Der Dürer我是 Fertig. Ja, das ist ein Ungarisches. Ja, die Nummer zwei. Ja, das macht ja der Futiko. Da haben wir ein bisschen nachgefahren. Ja, ja, die Nummer vier. Ja, das ist der Züsekret. Nein, einfach. Aber den haben wir noch nie gesehen, oder? Der ist der Neuge. Das haben wir noch nicht gesehen. Die werden sich aber bald einmal gegenseitig ausbremsen. Ja, ich glaube, das ist das System zu achten. Du hast doch schon lange geschaut. Hast du denn noch was du denkst? Ja schon. Was? Ne, mir ist klar. Fünfstück hat der. Das ist aber wieder schlafen. Ich schweige die Möhren wieder zwischen. Nein, nein, nein. Ich schweige die Möhren wieder zwischen. Ich schweige die Möhren wieder zwischen. Ich schweige die Möhren wieder zwischen. Und ein wenig schneller ist, bremst sie wieder ausbremst. Das ist der Wegschmiede. Das ist jetzt wieder der Wagner. Wieder der Wagner. Fahren sie dreimal oder was? Das ist der Wegschmiede. Das ist der Wegschmiede. Das ist der Wegschmiede. Ja, aber wie viel anders fahren? Eine, zwei, zwei fahren sicher. Aber ich dachte, der war ja schon zweit genug da. Das ist der Wegschmiede. Das ist der Wegschmiede. Aber so geht es da hin, oder? Kommt einer, ist schon wieder der andere Weg. Ja, ja. Also die Möhren wieder zu gehen. Das ist der Scheiße. Komm, Philipp. 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 Die Formel 1 ist so scheiße, die DTM ist geiler gewesen. Da schau wie weit die hintereinander sind, hab ja gesagt, dass die bald einmal zusammen kommen. Zwei gleiche. Zwei Evo. Fünf. Ich hab ja gesagt, dass das eng beieinander ist. Danke. Zeig mir das, zeig mir das. Ja, wegen einem Trick, gell? . . 24 Nach 8 Jahre! Alter, da kommst du noch in 5 Minuten zusammen! Das war's für heute. Das ist die falsche Räne. Wie ihr seht, hier unten ist komplett. Der ist halt noch, oder? Druck! Druck! Verdruck! Verdruck! Ich höre noch, dass das Zehn beieinander ist. Und sobald einer auszieht, ist der andere schon wieder da. Da hast du eh gesehen, da ist auch ein Staunten. Ja, wegen dem Trick, da ist es sehr voll der Zeug. Das war echt toll. Und hier vorne ist Geld? Nein, das ist voll gut. Der hat eine große Menge angezeigt, der hat die Straße gefahren. Ja, das ist alles so cool. Der hat eine große Länge angezeigt, der hat die Straße gefahren. Der hat eine große Länge angezeigt. die Straße gefahren ist. Da braucht es doch ein Tillich kommt. Ja, das ist frei, Mann, 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 Mann! Auf der nächsten! Bist du? Ja, Mann, Mann, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann, Mann! Ja, Mann! Das ist der Bremsenzüge, das ist ein gutes Glückschopfen. Aber was? Daumenpresse oder nicht? Petschpick? Ja, ja, ja. Das ist sehr riesig. Das ist sehr riesig. Warte, warte, warte. Dann herrlich! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wo war das denn? Den letzten jetzt. Sechs mussten wir noch können noch mal zeigen. Das Video ist schon wieder. Das ist ja schon wieder das. Nein, das ist ja nicht. Der Kieferbrick ist es, oder? Der Kieferbrick ist, 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 oder? Das war, wie auch ein gutes Video. Wir trennen. Ich schaue so gut aus, das ist fränke. Irgendwie passt es. 2 Meter weg und schluss. Es muss bescheiden. Wir sehen uns beim nächsten zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Das ist ja noch schon. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020